Und damit herzlich willkommen zurück zu Warcraft 3 in Kapitel für die Ja, für, ja, für Direkt nach Nordend Drei Wochen später erreicht die Flotte mit den Überresten von König Arthas Armee Die eisige Südküste Nordends Ah, scheint so als würden wir Arthas spielen Nordend Fühlt sich an wie Erinnerungen aus einem anderen Leben Etwas da draußen bedroht den Lichtkönig Wir müssen Eiskrone schnellstens erreichen Mein König Zuerst müssen wir hier einen Stützpunkt errichten Doch auf dieser Insel gibt es fast keine Rohstoffe Was zum Die sehen wie Hochelfen aus Was machen die denn hier? Prinz Arthas Wir sind die Blutelfen Wir haben geschworen, die Geister von Kael Talas zu rächen Dieses tote Land wird geläutert Nordend gehört der Geißel-Elf Hierher zu kommen war euer letzter Fehler Tötet sie! Vorwärts für die Geißel Tötet sie in Erzuls Namen Wer zum Danke für die Unterstützung, Mächtiger Der Lichtkönig schickte mich, euch zu helfen, Todesritter Ich bin Anubarak, der einstige König von As-Jol-Nerub Ich bin dankbar für eure Hilfe, Anubarak Doch ist dies nicht die Zeit für Höflichkeiten Wir müssen Eiskrone schnellstens erreichen Dann erreichen wir doch mal Eiskrone höchstschnellst Äh, schnellstmöglich Höchstschnellstens? Weißt, was ich meine Was ist es? Sie müssen hier in der Nähe einen Stützpunkt haben Ja, dann greifen wir doch mal diesen Stützpunkt an, wo die sagen Mein Problem ist, ich habe diese ganze Mission schon einmal gemacht Ich habe abgespeichert, die Aufnahme Und ja, dann ist die Aufnahme fehlhaft gewesen Und yay Und ich habe gespeichert Das ist ja, wir müssen alles nochmal neu machen Aber ich denke mal, dass es dann hier etwas schneller geht Vorsicht! Weil zuvor war echt alt Ich habe echt ewig gebraucht Die Toten sollen dienen Das ist aber auch kacke Hatte echt lange gedauert Man sollte dies jetzt nicht so lange dauern Wenn ich hier etwas taktischer vorgehen kann als vorher Weil ich jetzt weiß, wie es geht Was für eine Reichweite haben die eigentlich? 600 900 Ihr habt eine Reichweite von 700, also Sollte ich mit denen nicht diese Türmchen angreifen Und der hat 800, okay Möge ich euch das mal fertig Wumm, wumm, wumm Und tot Gut, 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 gut Könnt ihr Hier ausladen Ihr macht mir weiter fertig? Okay, ist mir egal Dann entlade mal da Äh, Quatsch Kräfte mal an So Mach mal So Einfach Hier hin, bitte Dankeschön Sehr, sehr freundlich Datas Das darf Dankeschön Sehr freundlich für dein Level Hab Äh, 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 äh Angreifen geht hier mal gar nicht Es ist Nö, nö Ich hab hier nichts getan, also Greif du mich nicht an Wie, was ist los? Äh Was glaubst du denn, was los ist? Ich weiß es nicht Kannst du nicht sagen Boah, wie war'n wir das hier dann? Gleich alles erledigt Das ist doch schön Was ist des Schattens Begehr? Nur noch ein paar Sachen zerstören Drei macht so einer Drei Schaden an Gebäude Schon nicht sehr viel So Vorsicht Noch das da zerstören Und dann Niemand erteilt mir Befehle Alle darauf Bitte Mir ist schon sterbenslangweilig Ja, dann stürm doch einfach Wenn ich sterbenslangweilig ist Was dann Wollte ich schon sagen So Das dort und Das und das Wow Diese Elfen sind jämmerlich Kein Wunder, dass wir ihre Heimat so leicht zerstören konnten Leider war ich nicht dort, um euch aufzuhalten Lange ist es her, Arthas Prinz Keltas? Ich hab' euch nicht mehr gesehen seit Führt ihr diese Elfen an? Zumindest diese Gruppe Ihr hattet es lediglich mit einem Spähtrupp zu tun Lord Elidans Armee zu besiegen, dürfte wesentlich schwieriger sein Elidan? Er steckt hinter dieser Invasion? So ist es Unsere Streitmacht ist riesig, Arthas In diesem Augenblick marschiert sie auf den Eiskronengletscher Ihr werdet euren kostbaren Lichtkönig nicht retten können Betrachtet es als Vergeltung für Keltalas und andere Frevel Beeilung, meine Feinde rücken näher Unsere Zeit ist fast abgelaufen Geht es euch gut, Todesritter? Meine Macht schwindet, aber es wird schon gehen Er hat recht, wir erreichen den Gletscher niemals rechtzeitig Wir könnten einen anderen Weg einschlagen, Todesritter Tief unter uns liegen die Überreste des uralten Königreichs As-Jol-Ner-Rub Zwar erlebt es dunkle Zeiten, doch bietet es uns eine Abkürzung direkt zum Gletscher Welche Wahl bleibt uns? Geht voran, Anubarak Dann sollen wir den Scheiß doch machen So Lass mich mal alles hier zerstören Dankeschön Das da auch noch In den Hügelin ganz in der Nähe lebt ein Drache Er besitzt womöglich Artefakte, die uns auf unserem Vormarsch beschützen könnten Ja, dafür muss ich euch alles mal hier erst mal auf die Eins machen Und dann will ich das hier auch noch haben Goldmünze und so Endlich Dankeschön Mein Leben für Nersul Wollen wir das hier ausbauen Ich beuge mich eurem Willen Dann noch Sachen bauen Das haben wir zum Beispiel nicht Euer Wille geschehe Wollen wir das auch noch Ich gehorche mit Freuden Sonst müsste ich alles jetzt erst mal haben Mein Schicksal ist besiegelt So, eins, zwei, drei, vier, fünf Gule für Holzi Und das ausbilden Dankeschön Dann gucken wir es mal da oben Würde ich sagen Und ihr macht ein bisschen Deffi, Deffi Ich könnte auch Sigurats bauen Unsere Streitkräfte werden angegriffen Äh, jo Eins, zwei Drei Machen wir es mal drei Drei reichen erst mal Es ist ein Anfang Das ist schon besser Gibt Schlimmeres Niemand erteilt mir Befehle Aua Was ist es diesmal? Ausbau 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 Ich tue ich auch weh Ach so, schau So, ja Ich dem weh tue Ist das ja auch irgendwie ganz fair Wenn die dem weh tun Ruby-Maske Hört die Manner Oh, oh Vorsicht Forschung Ausgaben hat Hunger Endlich So, ich habe die Nahrung Geht mal nach Man sollte vielleicht Seine Chat-Programm Ein weiterer Befehle Was ist es diesmal? Die Beschwörung ist abgeschlossen Die Beschwörung Es wäre sonst echt nervig Das ist schon besser Na komm, greif doch an Na los Na los, ich schaff das Ich glaub an euch Dankeschön So, heili, heili Und, ihr geht vor Reichtbar, okay Ja, ich wage es Ich bin Saphiron Uralter Diener von Maligos Dem Spruchwerker Wie könnt ihr es wagen? Leider haben wir keine Zeit Zum Plaudern, großer Wirm Wir sind gekommen Um euch zu töten Und die Artefakte zu stehlen Die ihr im Lauf der Jahrhunderte Gesammelt habt Ehrlichkeit Wie herzerfrischend Niemand fordert Saphiron heraus Und überlebt Tja, ich schon Ehrlichs kann Bist du erstaunt drüber? Ich hoffe doch Äh, ist nicht schön Noch meine Spinner Zutöten So, ein bisschen Mana bitte Dankeschön So Amaruuno ist tot Schauen wir uns um den nächsten Schauen wir uns um den nächsten Das ist eben ungegen Nach dir, ja, war klar Schleicht Okay Noch gegen sowas Scheiße, ich wollte ihn grad heilen Fast War ich zu spät Oder wie es zu lang kommt So Auf jeden Fall baue ich euch aus So Das mit dich baue ich auch aus Und euch baue ich aus Dass hier doch Holz Unmangel Mangelware Und ich habe es hier geschafft Sehr schön Niemand erteilt mir Befehle Die Zeit Wenigstens bleibt mir noch genügend Macht hierfür Sehr eindrucksvoll Aber ihr müsst mit euren Kräften aushalten Todesritter Vor uns liegt ein weiter Weg Ja, das bisschen Das traf ich schon noch Sprecht, Dummkopf So Alles Das ist schon besser Kriegst alles, du Arthas Und du nimmst hier mal die Ohren der Wolken Ermöglicht einem Helden Eine Wolken zu kanalisieren Die Degen Ausbau abgeschlossen Ich kann mich darum Okay Was ist es diesmal? Oh Hallo, Nagas Schlangenmenschen Wer zum Teufel sind die? Ich habe ihresgleichen noch nie in Nordend gesehen Ja, gut Schön Euer Wille geschehe Äh Und dann bitte verdammt bitte einmal Ich gehorche mit Freuden So Dann sollte das ja auch alles gut sein So, 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 so Und dann geht man hier Das ist schon besser Das sind meine Linksbumsies Und ihr guckt euch mal so ein bisschen um Irgendwann muss ich hier nach oben Forschung abgeschlossen Oh Seismische Beben Was quält dieses Land Die Erdbeben haben eine Gletscherwand zum Einsturz gebracht Und eine neue Wasserstraße freigelegt Vielleicht kann unsere Flotte das ausnutzen Also ich könnte was gemeines sagen Was das gemacht hat Aber ich bin mal nicht so gemein Naft der Untoten können Transportstoffe Frikaten und Schlachtstoffe verwärmen Blutelfen anzugreifen Unsere Streitkräfte werden angegriffen Ich könnte ja Geh mal weg Kann ich euch so weit genug treten? Ja, schön Die Beschwörung ist abgeschlossen Die rastlosen Toten erteilen mir Befehle Muss organisch sein Warum denn? Warum muss es denn organisch sein? Kommt noch das Schiffchen nach unten War so klar Das war so klar Ausbau abgeschlossen Vorsicht Das muss so ein Ding kaputt gehen Unsere Streitkräfte werden angegriffen So, verbessern Also auf jeden Fall Forschung abgeschlossen Diese Obsidianenstatuen Die sind echt Richtig gut wie die Haien und Mana Und boah Ja Ist das ich dufte So Urraserei Damit die schneller sind Gruftbästchen Leichen und Ja, ich weiß ja was so ein Kombi ich machen würde Aufhören wir die und Die Ah, ja, sehr schön Passt das sehr gut Vorsicht Wir wollen hier hin Da gibt es nämlich noch Ähm Dingsbumsen Genau, Dingsbumsen halt Äh Lager Von 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 den Gegnern Halt Ah Ah, guck mal So, wie ich es geahnt hätte Schon weswegen da Meiner ihn geschickt hat So, du gehst Auf Mana Äh, Quatsch Leben Äh, hallo Geht ja mal ja nicht Dass du einfach mein Gebäude angreifst So Wir verlangen weiteres Holz Schön, dass du das verlangst Er gibt dir das Recht, das zu verlangen Ich auf jeden Fall nicht Okay, Schiffchen Hallo Die wird doch komplett aufgebaut Au Auf jeden Fall sehr stark Ich seh schon Das tut weh Auf jeden Fall Was ist es dies Rein hier So, der ist Leben Der ist Zwei auf Leben Nein, auf Mana bitte So Forschung Dann rein Geschlossen Dann wird noch einer gebaut Okay Ja, äh Zack Sehr schön Wir verlangen weiteres Holz Immer dieses Holz Aber ich will auch das Maximum Hiervon haben Bitte schön Bitte Bitte Gib mir das Holz Baut zwar noch ein bisschen Aber bitte Das tut Dankeschön Wir verlangen weiteres Holz Die Schatten locken Die Toten sollen dienen Äh Mana Dankeschön Mir ist schon sterbenslangweilig So, dann guck mal hier rum Waa Forschung abgeschlossen Auf Forschung abgeschlossen So Ja, können wir Irgendwie werfen Kurz So, das kann Ida nicht angreifen Das ist das schöne So Raus hier Gucken wir mal den Hannover So Ja Nein, 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 nein Du stürbst mich hier nicht weg Das verhindere ich Alter Das war knapp Ah Sprecht, Dummkopf Deine Statue ist weg Endungsbaren Leichen Wow Ah Vielleicht hab ich ein bisschen zufrieden Zwischen Endlich Jetzt Leichen Oh, einer Ähm Ich glaube Ich schaff das hier nicht Ah Ich bin mir noch nicht ganz sicher Ach Endlich Forschung abgeschlossen Ah Ja Ich hab's tief, tief, nicht geschafft Unser Held wurde getötet Dann belebe ich euch mal beide wieder Wenn ihr das so unbedingt möchtet Die Schattenblock Ach Deswegen sind sie nicht so teuer Okay, vom Holz her Nicht so teuer, aber Das ist schon ein bisschen teuer Aber nur ein bisschen So ein bisschen Ein bisschen zu viel Ah Ich wollte gerade fragen, wo das andere Schiffchen ist Wo sind ja zwei Die rastlosen Toten warten Ah Ah Ja Müssen wir warten Was auch sonst Ich hätte dich auch nie mitnehmen sollen Die sind ja ganz schön tanky Mach du erst mal Na guten Morgen Guten Morgen Tag Mach du erst mal Mana Ich komme aus den Tiefen Je Ich habe den Ruf vernommen Ich komme, man macht gleich Gleich zu diesen Arskäfern machen Dann kann ich die dann mit drüber nehmen Weil die halten ja endlos Bis zu sterben Ich diene nur dem Frostton Wollen wir uns immer anhören Die war schon viel dahin Sprecht Die Zeit fliegt dahin Die Geißel wird alle verschlingen Die Fäden des Schicksals Weben nur ein Netz des Todes Es war klasse König zu sein Jetzt seid ihr mir ins Netz gegangen Darf ich zu euch unter die Bettdecke Krabbeln? Ich glaube ich spinne Sprecht Ne, du darfst nicht unter meine Bettdecke krabbeln Sag mal danke für das Angebot So Du machst das bitte Heimer den Das wäre echt nützlich Äh Äh Ist das das nicht? Da war der Punktgerinner-Generation Ja, stimmt Frostgram hat Hunger So Geht mal rein Die Schattenlocken Was ist des Schattens weg hier? Versucht das mal Versucht da rein zu gehen Dankeschön Ich habe den Hof vernommen So Kann eh nur einer was machen Und da kommen sie Greifen sie gar nicht Warum greift die an? Das bringt so gar nichts Hier da Von da aus greifen sie an Die Schattenlocken Die nervigen So Die rastlosen Toten warten Ah, dann geht mal rein Oder ihr da Und Ihr da Und Du da Und Du da Und Irgendwieso Ich schaff das schon So Wenn er noch da reingeht Dann ist es voll Okay Die Schattenlocken Ah Dann versucht mal hier zu entladen Und greift die volle Kanäle an Was ist des Schattens begehend? Hallo, komplett entladen bitte Dankeschön Und Entladet mal Gleich Können die nämlich ein bisschen Zauber zauber machen Ja So sieht Ja, ja So sieht es schon besser aus Setzt vorher Schon wesentlich besser Und einiges besser Ah, ihr wollt auch nochmal drüber? Ich hoffe schon nicht aus Von mir aus Darf Dürft ihr Du darfst So Greift die Dingle oben an So Und wieder zurück Und ihr könnt ja alles zerstören Ja Mit alles meine ich wirklich alles So Dann brauche ich Fünf von Euch Bitte Äh Aber euch brauche ich noch nicht weiter Unsere Streitkräfte werden angegriffen Wir versorgen noch nicht weiter Ich werde ausreizen Aber die sollten es ja alles mit schaffen So oder so Dass man da ja Na komm, zerstört das einfach Dankeschön So Einmal Unsere Streitkräfte werden angegriffen Und ausladen bitte Ich will hier oben Diese Mine nämlich haben Ja, Meister Aber mehr brauche ich ja nicht Ich brauche die ja nur da hin Schicken Brauche ja kein Kein Haupt Dingsbums Keine Nekropoles oder so Kein Hauptgebäude Um das abzuliefern Vorsicht Das ist das Schöne Die Verdammten stehen bereit Muss ich ja so verhexen So Alles hier Machen wir bis nach unten Alles angreifen Obwohl die Können wir nach oben gehen Man weiß ganz genau Dass da was ist Mein Leben für Nersul Na schön für Nersul Nersul freut sich dann Er ist sicher hoch erfreut Und mal bitte hier ausladen Okay Kommen die nicht ganz Schiffchen her Den Scheiß will ich natürlich Zerstört haben Äh Hört mal auf Nach oben bitte Nach oben bitte Vorausgesetzt ihr haltet Natürlich lange nicht durch Das auch zu schaffen So Alle mal da rauf Dankeschön Und Du kommst hier mit runter Ich brauch dich und dich Hier Hier sollte ich mal gleich einladen Damit ich da unten angreifen kann Unsere Streitkräfte werden angegriffen Hier lenkt das lange genug ab Dass die Dass das Schiff hier durchkommt Ja Das ist schön Das ist schön Euer Befehl Meister Die Bescheuerung ist abgeschlossen Mein Schicksal ist besiegelt So Ich muss euch wieder Steuergruppen Und mal da rein So Und dann die Anderen Schlau Zwei Endlich Hallo Ein da Ihr habt das auch voll schlau gemacht Du kannst da rein Und du kannst da rein So Da unten sind noch zwei weitere Na egal Es geht erstmal darum jetzt Hier Abzuladen Irgendwo Einfach abladen Dankeschön Und dann wieder nach oben Ahaha Ich will mir nicht Jetzt irgendeine Einheit verloren Hätte Oder mit dem Landen Ähm Scheiße Ich hab vergessen die Ja Aber ich hab dem so Alter was ist denn hier Ich sollte den vielleicht mal mitschicken Ah Unsere Streitkräfte werden angegriffen Scheiße Aber davon hab ich auch nicht Gruff Besschen Gargoyles Zerstören Frust Also die Gruff Bess Die mach ich ja nicht Das ist es ja Eins Zwei Drei Vier So Ah Hähden sind gestorben Das ist nichts Neues Ich stelle mich deemlich an Als das letzte Mal Ehrlich gesagt Ah War hab ich wesentlich besser gehandelt Die Schattenlocken Ich muss sich das da umzustören Wir haben unsere Verteidigung gestürmt Hält Achso ja Gut Wollen wir um klar das jetzt angreifen Mach mal deine Frostmüverschen Frieh mal allein Na komm Schaffst du Frag ich ja Hätte mich sehr gewohnt Ich hätte den ja echt mitschicken Wohl Äh Die Schattenlocken Äh 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 Gibt's nicht Sag ich ja Das gibt's nicht Das denkst du dir so Dass du das einfach so schaffst Aber dann bilde ich mal kurz hier aus Und wir sehen uns gleich wieder Äh Hier geht grad irgendwas aufgrund Noch ein Erdbeben Das ist nicht gut Das hat mich grad ein bisschen Äh Erschreckt Alter Wie stark sind die denn? Zerstör unter den Turm da Dankeschön Sehr sehr Hilfreich An den Turm Zerstör das mal das da Äh Die können Ja Vogenschützen Die Schatten Locken So Bitte Danke Hier oben ist nämlich noch mal Goldmine Irgendwo Oder Ich glaub hier Ja Ganz lustig die zu haben Oder nicht Und könnt ihr bis dahin angreifen Oder Oh Ja Ja Errichtet mehr Zigurats Mit Zigaretten Kriegste Irgendwann Mir ist schon sterbenslangweilig Vielleicht hätte ich die schon mal zurückschicken sollen So Aber nur Vielleicht So dann kommt mal hierhin Ich brauch dir eigentlich gar nicht angreifen Komm wisst du was ich lass dir hier von kompletten Ruhe Greifen Greifen seitdem hier immer wieder an ist mir egal Die Toten sollen dienen Sollte mir wirklich vollkommen egal sein Niemand erteilt mir Befehle Hier wird nämlich fleißig ausgebildet Da ist er schon So Und du kommst dann auch mit So Vorsicht Zack Rein da Die Zeit fliegt dahin Kannst du hier ausladen Weil man muss eigentlich Ich fielde einfach nur da oben hin Alles andere ist mir erstmal egal Alles andere ist Sollte mir egal sein Die rastlosen Turm warten Wohl Na hier Ach komm Unsere Goldmine ist fast erschöpft Ist mir egal Nichts kommt meiner Macht gleich Die Toten sollen dienen Doch die das Lichtkönig Vielleicht ich weiß ja nicht Irgendwann muss ja besser sein als du Sonst wärst du halt mächtig So Störung 1 Hier Ich kümmere mich darum Jetzt hat Störung 2 Gleich Wenn ich die auswählen konnte Was ist des Schattens Begehr? Nein Okay da nicht Was ist es diesmal? Störung 2 Natürlich habe ich auch so in Störung 1 gedrückt Störung 2 War klar Ich habe den Ruf vernommen So Störung 1 Und Störung 2 Frostgram hat Hunger Und dann ist nur Das bisschen hier Störung 3 Ah So 1 2 3 Und dann macht ihr bitte da Nichts kommt meiner Macht gleich Kann ich das auch immer die ganze Zeit dann mitschicken Und angreifen und mitschicken und angreifen und mitschicken Weil hier kommen Unmengen an Gegnern Das ist einfach nur Massen Massen an Gegnern Und der ist gleich Stufen Das ist doch schön Ja noch ein X Kennt ihr das? Ich spiele online Im Spiel Denkt so Oh ich habe gleich ein Level ab Ihr tötet den letzten Gegner auf der Map Es kommt sonst kein weiterer Und ich fehlt ein XP Alter Was ist so krass Wenn sowas passiert Alter Oh Das ist ja tot Ach ich mir egal Ich kann doch machen was ich wollte Ich schaffe nicht Ich kopziere das hier durch Ich schaffe das hier durch Alles anregn Ich einfach Einfach starten Einverstanden Äh Wollen wir das? So Die Kunde Alle Einfach Ganz selten Überlord Ah hier habe ich noch Spaß Ist mir egal So Alle mit nach oben Immer Ganze Zeit Wo soll mein Blut vergossen werden? Ja tschüss Unsere Schreikräfte werden angegriffen Niemand erteilt sie mir Da ist sie weg Da ist sie weg Blub Einfach weg Und Holz Wie wär's damit? Ein bisschen mehr Das wär sehr freundlich Unsere Schreikräfte will wir verschaffen Was ist es diesmal? Dadurch dass die Dadurch dass die ganze Zeit immer Mana kriegen Totenbeschwörer Alter Das ist heftig Das ist heftig Können die ganze Zeit diese Tausende von Eichen Wiederbeleben Was ist das Schatten? Er hat euch nichts getan Er hat nur ein bisschen Eiszauber gemacht Er wollte nur cool sein Versteht das doch Oh ne Die Oberkönigin So Ich versteh schon Aber irgendwie Passierte nichts Außer 50.000 Tote Unsere Streitkräfte werden angegriffen Kannst du irgendwie Dich da so ein bisschen entlang schleichen oder so? Nein Das war hier alles den Weg versperrt War so klar Nein 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 Hier geht man nicht vor Hallo Nicht vorgehen Nicht so sehr vorgehen So Eins Zwei Drei Jetzt könnte er es machen So Das bisschen töten Und dann Da ist das Haus nichts Fließ Spricht Dummkopf Ah Achso da war noch so Kindes Vieh Ach da oben Und hier auch Hier nur meine Luftseinheit Das ist größer als ein Problem So Ja vor Endlich Ich muss nur die Einheit Töten Und dann war es das ja Errschtet mir So Schleuchreifler werden angegriffen Ah Blaue Drachen Blutlord Und Blaue Drachen Blutzauber Alter Sag das mal Dreimal schon hintereinander Eieieiei Er ist ja vollkommen krass Was ist es diesmal Sprecht Dummkopf Dankeschön Seid ihr sicher Dass wir es durch diese Tunnel Zum Gletscher schaffen Nichts ist sicher Todesritter Die Ruinen sind gefährlich Doch es ist das Risiko wert Nun gut Gehen wir Dann hoffe ich mal Dass meine Aufnahme Jetzt abspeichert Wenn ich Ja Keine Ahnung Was ich da machen soll Aber vielen Dank Für's Zusehen Wir sehen uns In der nächsten Folge Hoffentlich Bis dann Ciao Bis dann 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 Vielen Dank.